Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Weihnachten Nummer 1 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Im Dezember ist Weihnachten. Die Familie feiert mit Geschenken und leckerem Essen. Im Dezember ist Weihnachten. Die Familie feiert mit Geschenken und leckerem Essen. Im Dezember ist Weihnachten. Die Familie feiert mit Geschenken und leckerem Essen. Geschenke machen das Fest zu etwas Besonderem. Geschenke machen das Fest zu etwas Besonderem. Geschenke machen das Fest zu etwas Besonderem. Was schenkst du zu Weihnachten? Am heiligen Abend leuchten die Kerzen am Weihnachtsbaum. Die Kinder freuen sich auf die Geschenke. Am heiligen Abend leuchten die Kerzen am Weihnachtsbaum. Die Kinder freuen sich auf die Geschenke. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns. Menschen teilen Liebe und Freude. Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns. Gemeinsam singen und lachen macht Weihnachten zu etwas Besonderem. Weihnachten ist Zeit für die Familie. Gemeinsam singen und lachen macht Weihnachten zu etwas Besonderem. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.